gar nicht vielleicht indem ich das ding irgendwie zerstöre ausschalten wie ist denn mit ausschalten den schutz hat er schon abgesahmt schaden dazu aber kaputt geht man irgendwie nicht warte da war irgendwas mit stromverbindung stand da ein stromkabel eine stromverbindung da oben ist es doch nicht mit stromkabel verschießen von dem was auch noch schweißgeräte schweißroboter wenn ich dann mal oben drauf landen würde kann ich nicht doch irgendwie hier jetzt warte ich noch mal bis er auf seine nächste position geht sonst das hat jetzt nicht erwartet wie komme ich rüber muss ich dann auf den arm gehen oder sowas muss ich dann wahrscheinlich ist es allein von ja von hier aus dürfen wir auch schon rüberkommt so allerdings sollte ich mir den schutz hier zu legen diesmal glücklicherweise auch von alleine nicht so speichern ich noch einmal und lade gleich wieder weil das hochgehüpft ist dauert dann doch ein stück länger als das laden muss ich wahrscheinlich einfach nur von der stange aus da rüber hüpfen weil das nicht reicht natürlich hat es mal wieder nicht gereicht aber wahrscheinlich auch nur weil ich gerade hochgesprungen bin dann nach vorne gedrückt habe ich hätte das andere mal vermissen das hat dann was mit glück zu tun deswegen speicher ich jetzt einfach nochmal direkt hier oben drauf weil dann kann ich bei so situationen grad wieder laden ähm das muss ich eigentlich alles beide gleichzeitig drücken oder mit meiner verzögerung das muss ich auch nicht funktionieren das muss ich auch immer das nicht funktioniert wenn ich eigentlich auch nicht funktionieren ansonsten müsste ich mich echt auf den gelben kasten drauf stellen das wäre vielleicht gefährlich ja hm blöd als ich jetzt nichts wo ich festhalten kann oder sowas hm 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 da gerade der Wurm drin. Irgendwie ist der Wurm drin, ich weiß es auch gar nicht. Ah, das funktioniert doch. So. Hm, und ich bin drin. Okay, ich mach jetzt wieder aus Entfernung, weil ich da irgendwas... Oh Gott. Alter, was hab ich da... Was hab ich da angestellt? Hm. Ja, funktioniert hat's wohl allemal. Ist auch grad die Tür auf. So, dann... Einfach mal... Nein. Nein, nein, ich spring nicht gegen so'n... Aha, okay. Nicht so gegen so'n dämlichen Pfosten. Was bin ich denn? Ähm... Jetzt wieder das Feuerwerk. Diesmal können wir uns ja von Namen betrachten. So. Nicht sehr subtil, aber es hat wohl funktioniert. Subtil ist es nicht. Genauso wenig wie feinfühlig. Irgendwann hat's da wenig erwischt. Ah, frei. Hier hat sowieso er sich... Wenn ich durch die Tür gekommen wäre irgendwann mal... Das ist allerdings die Frage. Was mach ich jetzt weiter? So. Ist mir jetzt schön und gut, dass das Ding kaputt ist. Ah, doch. Steht auf. Das ist natürlich krass. So, jetzt werden alle bitte möglichst gleichzeitig auch mich schießen. Alle bitte möglichst gleichzeitig, deswegen stechen ich auch mal hier rum. Ist auch vielleicht die da oben. Die ist mal so fix. Aber den kann ich auch noch langsam blocken. Okay. Zuerst kümmere ich mich wohl mal um dich. Sehr schön. Dann kümmere ich mich nicht in den Geist von euch. Oder ihr kümmert euch um euch selbst irgendwie. Wie auch immer. Hm, ha, ha, ha. Wie lustig gehen wir in meinen Schwert reinlaufen. Oh, das ist selbst hinrichten. Okay, die Kabel an der Decke. Damit kann ich nichts anfangen. Dieses Lüftungsdingens. Damit kann ich auch recht wenig anfangen. Ja, das kann man nicht wirklich als Versteck zählen. Da kommt wahrscheinlich jeder drauf. Da mal nachzugucken. Ist interessant wäre, wenn man da durchkommen würde. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Da hatte ich ja noch mal... Die hatte ich zwischendurch mal verworfen. Ein paar zumindest. Ja. Dann geht's wohl... Hier weiter. Wenn man so... Verstärkung wollt ihr haben. Was ist denn hier für Reicheier? Hm. Cool. Mit dem Wandelspiel die Karte oder was auch immer. Ah, noch einer. Ah, das ist wohl die angekündete Verstärkung. Ah ja. Eher... der... 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 der da... den echt, äh... beeindruckt. Hm. 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 Warten. Und da. Was ist denn los? Noch einer. Hm. Haben es noch nicht genug. Ach, toll. Was bringt mir der Blick da rein? Was sagt mir, äh... das hier... auch nicht viel. Das könnte die große Hauptstromversorgung sein. Aber da passiert eben nichts. Die Dinger werden auch nicht kaputt gehen. Raum ist leer. Hm. Also auch kein Versteck. Oh. Hm. Autoschussanlage. Ah, ja. Hm. Hm. Hm.